Die Welt der Neuerscheinungen und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lass doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fleischstückchen. Jetzt auch mit Cam mit dabei. Wieder eine Spiele-Neuheit von Steam. Get down, get down. Äh, in Mowit. No, no. Wir drücken einfach auf Spielen. Ich glaube, das ist wie der Ding da, wo man hoch muss, jetzt halt runter. Da ist wirklich einer am scheißen, Alter. Das hier sind Gesundheits-Pickups. Du kannst drei davon tragen und sie mit folgender Taste einsetzen. Hey, Spieler, bitte helfen uns. Unsere Welt hat gegangen falsch, weil unser Schöpfer einen Fehler gemacht hat. Was ist gutes Deutsch? Nur die Datei genannt, Spieler, kann ausführen die Zurücksetzen-Knopf. Also bitte ich sie im Namen aller NPCs, get down to die tiefste Punkte, wo unser Schöpfer ist. Aber beachten sie, wenn du fällst, da ist kein Speichern. Viel Glück, falls ich nicht spreche ein gut Deutsch, mir tun leid. Scheiße. Scheiße. Our greatest weakness lies in giving up the most certain way to succeed. It's always to try just one more time. Edison. Okay. So, easy. Ach, das ist doch einfach. Digga, wovor habe ich Angst gehabt? Mal wirklich. Der springt ganz schön komisch. Das tut mir jedes Mal weh. Willst du mich verarschen? Ach. Ach du Scheiße, Digga. Okay. Ja klar, Mann. Ist doch gut. Ich liebe solche Spiele ja, ne? Aber ich bin doch eigentlich Profi, muss man sagen. Sagen. Hm. Schön mit Zeit, Lupe. Das ist doch ein wundervoller Ausblick. Und irgendwie... Sterben wir nicht mit Zeit... Doch, wir sterben mit Zeit, Lupe. Ah. Ich erinnere mich an Scary Movie, Alter. So, jetzt Serious. Der scheißt da einfach rum, ne? Ich kann das nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wie wir hier vernünftig runterkommen, ohne dass wir direkt Schaden kriegen. So. Also, ich bin auch bekannt in meinen Streams, twitch.tv slash hersehenlos. Dass ich, ähm, sehr, sehr gut bin in Jump'n'Runs. Auch Rätsel spiele. Das ist für mich Klacks. Und, ja, das werde ich jetzt einfach so ein bisschen auch unter Beweis stellen hier. Ansonsten, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen oder einen Kommentar für den Algorithmus. Ihr wisst, wie es läuft hier. Ne? Alles für den Traum. So, wir gehen auf das Rote. Oh. Tat ein bisschen weh. Das ist okay. Das kann ich verkraften. Und jetzt haben wir ein Problem. Ah. Das ist noch okay. Das kann ich verkraften. Bin nicht tiefenentspannt. So, jetzt gehen wir auf den Schrottwagen hier. Wieso tut das weh? Äh. So. Alright. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Dann geht's hier lang, wie es scheint. Das möchte ich nicht tun. Ehrlich gesagt. Schaffe ich das auch so? Nein, schaffe ich nicht. Perfekt. Also müssen wir da hoch. Ah, man kann... Äh. Ne. Ne. Wie heißt das denn? Beuten. Boah, Alter. Ich kann das doch so gut. Es ist für mich eine Leichtigkeit, diese... Wieso? Erstmal Energie genommen. Wieso, wieso ist das so für mich hier? Geil. Easy. Ich glaube, wir sind auch schon recht weit. Moment. Also wie tief soll sowas gehen? Ich mein... Das ist doch First Strike geschafft, oder? Boah. Jetzt ist natürlich die goldene Frage. Können wir ins Wasser fallen, ohne zu sterben? Können wir. Oh, geile Wassersounds. Hey. Das ist doch ein Motherboard. Mit Wassergeräuschen. Geht das Ding an? Scheiße, ey. Ja, klar. Mach doch noch die Dosen noch kleiner. Oh, nein. Fuck. Speedrun. Zack. 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 Nicht nachdenken. Einfach machen. Einfach. Einfach machen. Herr Seelenos. Einfach machen. Das ist nur ein Spiel. Was wird das Spiel mit dir machen, hä? Will ich das zwingen? Hä? Will ich das kaputt machen? So funktioniert das nicht. Du bist Herr Seelenos. Du bist... Du bist wirklich... Die Elite. Der Jump Kings. Das ist total easy. Easy. So. Ja, Mann. Richtig geil, richtig geil, richtig geil. Ich bin halt auch ein Tier. Das haben mir schon viele gesagt. Nämlich ein... Ein V-Tier. Aber immerhin. So. Schön hier rüber. Das war auch easy. Zack, zack. Guck mal. Ich renne hier durch. Wie Use & Bolt, Alter. Ja, halt dein Maul. So. Zack. 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 Hör auf dir weh zu tun die ganze Zeit. Das kann nicht so weh tun. Hätte sich vorher warm gemacht, wa? Wo bin ich denn jetzt? Das ist ein ganz anderer Weg. Oder? Ich habe, glaube ich, jetzt... Das Energie-Ding nicht mitgenommen. Aber ist egal. Wir springen jetzt einfach hier runter. Ach, da ist es ja. So. Dann gönnen wir uns was. Nehmen das Neue. Springen hier hoch. Wollten hier hoch. Gehen jetzt hier hin. Gehen. Oh. Ich hasse mein Leben. Ich hasse dieses Format. Ich hasse es. Abo. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Da, da, da. Wir machen das schon. Auf ganz entspannter Ebene. So. Tu dir nicht so weh, bitte, Schatzi. Weil das ist gut für deine Nerven. Sehr schön. Cleaner Sprung. Schön, schön, schön. Beuten. So. Hier lang. Easy. Beuten. Perfekt. Ja, der Flo ist drinnen. Der Flo ist drin. Sonst gehen wir mal hier lang, weil wir sind ja auch krank. Bam, Junge. Beute schön. Ja, perfekt. So ist gut. Und einmal hier rüber. Ein bisschen tricksen. Wir können auch ein 360 machen. Habe ich kein. Yeah. Hier lang. Zack. 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 Was habe ich jetzt falsch gemacht? Zack. Ha! Du! Warte! Nein! Ich werde da rein. Wäre ich nicht. Mann, ich kann solche Spiele. Ich weiß auch nicht. Nicht mein Tag vielleicht heute. Sonst renne ich ja durch sowas durch. Also wir haben ja alles durchgezockt was Jumpin' Run. Wir haben ja alles auf Hardcore geschafft, ne? No Hits und so. Das war total easy. Also von daher. Pasch schon. Wir gehen auch immer irgendwie gefühlt andere Wege. Aber gut. Das gehört dazu. So. Wollten. Springen. 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 Oh. Wollten. Ja. 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 Fühle ich. Und ran. Aua. Das hat ziemlich weh. So. Hier ist ja der Geist. Er ist krank gesprungen. Man kann auch sprinten. Das fällt mir jetzt auf. Okay. Alles klar. Sprinten. Sprinten man dann weiter? Äh. Fliegen. Halt deinen Maul. So. Hier ist das Weckere. Boah. Alter. Das sieht sogar richtig. Gar nicht so kacke aus. Das sieht ein bisschen aus wie mein. Naja. So. Das machen wir jetzt easy. Klatsch. Sehr gut gemacht. So. Nehmen wir direkt die Energie. Und die Stelle kennen wir ja. Machen wir das mal ein bisschen vorsichtiger. Mann. Ich will nichts lesen in den Kommentaren. Bitte. Nichts. Ihr sagt einfach wie gut ich das gemacht habe. Ja. Okay. Einigen wir uns darauf. Das wäre nur fair. So. Komme ich irgendwie anders schneller hier runter. Ist mal wirklich. Ne. Die Entwickler die auf sowas kommen. Die müssen einen hassen. So. Was anderes kann ich mir da wirklich nicht vorstellen. Das ist ja. Das ist ja. Oh mein Gott. Wieso tut das jetzt weh, wenn ich mich da ran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne. Ach man. Mann. So. Und jetzt. Konzentrier dich. Wir sehen los. Konzentrier dich. Es ist nur. Oh mein Gott. Wohin? Konzentrier dich jetzt. Ist ja auch irgendwie quasi first try. Ne. Also wir schaffen das im first try. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich merke es. Guck mal was geht denn hier alles ab. Kann man richtig geil fliegen. Ich hasse alles an diesem Spiel. Alles. Von vorne bis hinten. Die Aufmachung. Alles. Ich hasse. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich hasse mich. So. So. Konzentration jetzt. Ganz entspannt. Wir können das. Es ist nur springen. Lass dir ein bisschen Zeit. Du musst niemandem was beweisen. Niemanden. Klar tat das wieder weh. Wieso auch nicht. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Das schaffen wir ja so. Tat weh ist okay. Aber wo bin ich? Wer soll ich denn jetzt machen? Oh fuck. Super. Der Weg war einfach viel länger. Warte mal. Kann ich da irgendwie hoch und dann da rüber? Und dann. Nein. Das sieht nicht so aus. Wir sind woanders oder? Ne sind wir nicht. Ich bin kacke. Äh super meine ich. So. Schön wollten hier. Super. Geil. Das ist nicht schlimm. Ein bisschen Schmerz muss sein. Das. So kann man auch dann weiter springen tatsächlich. Okay. Das ist aber. Ganz schön knifflig. Wie ein Full House. So. Perfekt. Sehr gut gemacht. Herr Seenus. Sehr gut. So das schaffen wir jetzt. Das sind nur Dosen. Yes. Und jetzt? Ähm. Das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Digga. Wir schaffen das. Geil. Easy. Hä? Wieso sollte ich denn jetzt wieder hoch? Auf gar keinen Fall. Okay. Wo geht's hier weiter? Da. Ach du Scheiße. Ich hab da so ne Idee. Okay. 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 Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So und jetzt? Okay. Sauber. Sauber. So. Wir könnten glaube ich da gleich runterspringen. Ich will aber nochmal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Weil ihr wisst. Man weiß nie wann das triggert. Dass man. Das sollte aber passen eigentlich. Sehr sehr gut. So stark oder? Ja. Ja. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Einfach drauf und chillen. Wie ein Profi. Hier ist Bunnyhop. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Ähm. Kurze Frage. Was jetzt? Ja. Auf gar keinen Fall. Ah okay. Oder auch nicht. Oder irgendwie doch hier. Oder hätte ich da bei runterspringen müssen? Guck mal da. Da sind sie doch. Die roten Container. Oder was auch immer das ist hier. Sieht aus wie Container. Sauber. 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 Sehr schön. Okay. Ich sehe schon. Gott. Ein Gott. Ersehen los. Gott. Ach du Scheiße. Alright. All Mut zusammen nehmen. Nicht verzagen. Mama fragen. Wir müssen nur nach unten. So schwer kann das nicht sein. Das Spiel kostet übrigens 6 Euro. Oh oh. Ich hasse mein Leben. Verfickt nochmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Das ist eine super tolle Neuerscheinung. Ich kann die nur empfehlen. Wirklich kauft euch das. Ja aber bitte. Bitte lasst auch ein Abo hier. Denn ich liebe mein Leben. Auf Wiedersehen. Es war wunderschön mit euch. Ich hasse alles. Ich habe mich. Vielen Dank.